In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten nach einem Anschlag mit einer Autobombe auf 58 gestiegen. Mehr als 150 Menschen wurden dabei verletzt. Augenzeugen zufolge war am Samstag ein Auto vor einer Schule explodiert. Bei den meisten Opfern handele es sich um Schülerinnen, die nach dem Unterrichtsschluss nach Hause gehen wollten. Die Schule war vorbei, wir gingen raus und dann explodierte genau vor uns ein Auto. Präsident Ashraf Ghani machte die radikal-islamischen Taliban für den Anschlag verantwortlich. Ein Sprecher der Gruppierung wies dies zurück und verurteilte den Angriff auf die Schule. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Anschlag. Ein Angehöriger am Samstag. Seitens der Regierung ist niemand hierhergekommen, die Toten wurden noch nicht weggebracht, keine Ermittlungen bisher. Was ist das für ein Land? Wir wollen Frieden und Sicherheit. In Afghanistan reißt die Gewalt seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen nicht ab. Die Taliban gehen massiv gegen das Militär und gegen die Regierung in Kabul vor. Die Taliban gehen massiv gegen das Militär und gegen die Regierung in Kabul. Die Afghanischen Kriegsjiff 완�wärm an. Die politiker werden in der Straßen in der Zentrale von Stadion gar nicht vermerkt. Die erste Regierung ist göttlich. Wir wollen das Militär. Wir wollen die Karofy-Kritik. Wir wollen die EU-PFD-1-Bk鈴. Wir wollen die EU-PFD-1-Bkks-Bk'Akarnik. Wir wollen die EU-PfD wie in der Jahrhäge. Wir wollen die EU-PfD-1-Bkirien-Bkirien. Vielen Dank.